Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jürgen Verlater mit einem Oster-Special, denn es ist heute der Oster und ich wünsche alle meine Abonnenten, Freunde, Kollegen, Bekannten, Verwandten und alle die mich sonst kennen, frohe Ostern. Ich hoffe ihr habt zwei schöne Tage, bleibt gesund, genießt die Tage, wenn ihr zum Osterferen geht, sondern auf das Osterfeuer. Jawohl, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, euer Jürgen Verlater. 2. 3. Untertitelung des ZDF, 2020